so wie die goals leute let's go direkt mal hier an das kleine intro hättest du die partnerschaft von youtube hätten manche die wahrscheinlich ein dislike gegeben wegen 22 sekunden reine intro scheiße okay weiter frage mich auch das läuft matthias ich weiß nicht wie das scheißergebnis darauf kommt ja kim ja und weiter gut weiter drücken ich habe gerade was ich muss ja eins sagen könnte rift zone 2.0 sein muss ich sagen ich weiß es nicht aber bisher sympathisch ja weiß ob die qualität so komisch ist musste glaube ich mal höhere auflösung einstellen aber wir schauen mal weiter ich bin mal gespannt was da noch so alles passiert ich habe eben okay das ist was du tippen oder so klar video klar sag es ein abo mehr nicht so ein abo mehr kommen du bist auf jeden fall im video mit drin du bist auf jeden fall im video mit drin ob du willst oder nicht weißt du ach da juckt es mich direkt an der achseln und da haben wir wieder die anzeige raus für schmerzensgeld leute heute aber mal mit dem 50er okay weiter geht es ein abo mehr plus direkt bescheid sagen du bist im video ne okay mach mich mal rein ne anzeige kommt ich habe ein talent und zwar habe ich neben ein mädchen hier auf omme getroffen und da habe ich einen einhorn gefunden in meinem moment mal die hat ein mädchen auf omme getroffen habe ich ja noch nie habe ich ja noch nie habe die kopfhörer am anfang ja safe safe und jetzt warte jetzt ist es mir eben runter gefallen und jetzt ist mir erst aufgefallen dass das bein abgebrochen gebrauchen ist geiles talent auf jeden fall ja ne ja ne sarkasmus ist da mir die eilig gemalt boah das ein gutes talent also ich glaube ich glaube er hätte was hängen was er ihr zeigen könnte würde natürlich den rahmen sprengen ne aber na gut da bleiben wir mal dran talent ist dumm sein so oh oh das horn ist auch kaputt vom eileron egal das hat jemand gesehen ja ich bin komisch an alle leute die dieses video jetzt sehen ja ich weiß ich bin ja kuramix kannst doch gerne dein instagram reinschreiben wenn du willst dann kann ich dir folgen ok dann schreibe ich jetzt mein instagram da rein schreib doch mal rein am ende folgt mir so kein schwein und ich bin so einfach hier los ist immer so alter einmal so jetzt flachsen wir die mal komplett leute also leute alle mal die die jana edden jana p 143 auf insta und dann irgendwas mit julian entertainment kommentieren safe nächste mal auf einmal hat sie ein paar follower mehr bekommen 38 mehr follower 38 follower mehr wo sieht's aus man stinke ich wieder weil einmal so ein typ der manche für die ersten zehn leute die mein bild leiten kommen in meine insta story hatte irgendwie so über 200.000 abos und ich leite das so alles nur um zu gucken was passiert und ich war ich war unter den ersten da hat er mich dann in meine story gepackt meinst du irgendjemand der mir gefolgt warum warum sollte man denn auch einem folgen wenn der in der story ist von irgendjemandem was bringt mir das denn ja 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 alles ich muss weiter ja man sieht sich auf jeden fall okay das haben mich wieder gesagt das war so random ich mach grad youtube video deswegen ja 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 ja